Ciao Leute, ciao von der Unge. Heute zeige ich Ihnen ein unglaubliches System. Die Performance von diesem System ist wirklich top. Ich zeige Ihnen wie das ist und ich werde Ihnen auch komplett zeigen wie es codiert ist, was steht im Code. Also bleiben Sie dran, abonnieren Sie auch meinen Kanal sofort, dann können Sie wissen wenn ich noch ein neues System bringe. Aber jetzt geht es los. Das zeige ich Ihnen direkt aus meinem Computer, weil ich Ihnen genau zeigen werde, wie das System arbeitet. Ciao Leute, das ist eine Rechart von den Mini S&P 500. Das ist ein Scalping System, können wir sagen, obwohl es nicht wirklich Scalping ist, aber das werden wir sofort entdecken. Hier ist der 15 Minuten Chart und da sehen Sie die Ausführungen vom System. Und die startet von der Chart glaube ich um 2008 oder so was. Hier sieht man im Detail, wie das System arbeitet. Buy, Sell, Buy, Sell, immer ein einzelnes Kontrakt. Also das ist ein System immer im Markt ohne Stop und Profit. Das kehrt einfach die Positionen um. Sind wir Long, gibt es ein Short Order, dann schließen wir die Long Position und öffnen eine Short Position und umgekehrt. Und hier sehen Sie, das sind die 2 Millionen Dollar Profit von dem System. Nicht schlecht ist. Sehen Sie mir, Jahr, wie gesagt 2008, jedes Jahr verdient das System wie verrückt. Das sehen Sie hier überall. Sehr konstant, sehr regelmäßig und viele Trades. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, das ist ein Scalping System, obwohl es nicht Scalping ist. So ist es nur auf 15 Minuten Bar. Das ist ja klar. Und sehen Sie also, die Performance ist wirklich unglaublich, wie gesagt, mit einem Kontrakt nur, einem Kontrakt. Und das ist die Equity Line vom System. Und diese Equity Line spricht allein. So ein System ist mehr als Top. Long und Short. Das ist gleich, können wir sagen. So 2 Millionen ungefähr. Knapp 2 Millionen Dollar. Und das ist schon was. Da das System auf dem Chart eigentlich arbeitet, habe ich gedacht, okay, warum versuchen wir nicht, das auch auf einem 5 Minuten Chart zu nutzen. Und, haha, nochmal 2 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Und in dem Fall bin ich erst ab 2015 gestartet. Das heißt, wir schaffen immer noch die 2 Millionen, wie gesagt, aber nur ab 2015. Das heißt, das System arbeitet tatsächlich wesentlich mehr und verdient mehr. Es verdient, ich würde sagen, 3 mal so viel. 5 Minuten sind 3 mal so viele Balken als ein 15 Minuten Chart. Okay, das ist ziemlich klar. Wir sind immer noch im Bereich von 2 Millionen und die Equity Line ist immer noch ich würde sagen, die selbe, die wir vorher gesehen haben. Unglaublich. Dieses System ist wirklich unglaublich. Und nochmal, dann können wir immer noch sagen, okay, ich habe das System hier auf 5 Minuten. Sieht man hier, Jahr per Jahr sehr viele Trades. Und die Trades haben sich 3 mal so viel verfascht nach dem 15 Minuten Chart. Und dann könnte ich so ein System eigentlich auch auf 1 Minute Chart testen. Warum nicht? Mini S&P 500 ist voll Volumen. Es gibt kein Problem. Es bewegt sich. Es ist eines der wichtigsten Märkte in der Welt. Wir können also auch auf 1 Minute Chart dieses System testen und sehen, ob es immer noch klappt. Und in dem Fall, hier sehen Sie die Trades auf 1 Minute Chart. Und in dem Fall haben wir nur 2018, das letzte Jahr. Sonst hätten wir zu viele Trades. Und nochmal sind wir im Bereich von 2 Millionen Dollar Gewinn. Und hier können wir nicht mehr das, ja die Annual wohl, aber Annual ist nur ein Jahr in dem Fall. Das dauert ein bisschen, weil es so viele Trades gibt im System. Also ein Jahr, 2 Millionen Dollar. Monatlich, okay, monatlich auch sehr regulär sehen Sie diese Gewinne. Das gefällt mir. Diese Gewinne gefällt mir. Und die Anzahl der Trades ist natürlich sehr hoch, aber das ist, wie gesagt, beim Scalping kein Problem. Die Equity Linie ist hier. Und hier haben Sie die 2 Millionen Dollar Gewinn. Was wollen Sie mehr? So ein System ist wirklich top. Scalping kann man das sagen. Und okay, dieses System steht zur Verfügung. Das verkaufe ich an den ersten 3 Anmeldungen. Nein, 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 das ist nur ein Witz. Ich will Ihnen zeigen, wie dieses System kodiert ist. Und die Regeln sind eigentlich unglaublich einfach. Das sind die Regeln. Buy next bar at low limit, sell short next bar at high limit. High and low sind hoch und tief von der Balke, die gerade schon fertig ist. Also wir haben keinen Blick in die Zukunft. Eine Minute endet, haben wir High und Low von dieser Balke. Und bei der nächsten stellen wir die 2 Orders, Buy und Sell. Sell short in dem Fall. Wir würden natürlich, wenn wir Long sind, nur die Sell short orders eingeben. 2 Kontrakte. Einmal die Position zu schließen. Einmal eine Short Position zu öffnen. Und umgekehrt, falls wir Short sind, dann würden wir ein Long Einstein mit doppelter Position eingeben. Einmal die Position zu schließen. Und einmal Long Einstein zu steigen. Das ist das System. So einfach. Kein Stop Loss, kein Take Profit. Das System kehrt einfach die Positionen um, wenn es ein Order gibt in der anderen Richtung. Also können Sie sofort losgehen? Nein, 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 nein. Dieses System funktioniert in Real-Time nicht. Das ist eine Katastrophe in Real-Time. Warum? Das verrate ich nicht sofort. Das werde ich Ihnen im nächsten Video sagen. Hier habe ich diese Herausforderung für alle Zuschauer. Sagen Sie mir bitte, warum dieses System in Real-Time nicht funktionieren kann. Kein Blick in die Zukunft. Das ist nicht die Lösung. Das sage ich Ihnen sofort. Also, dass keiner kommt und sagt, ja, du weißt nicht, was High und Low ist. Nein, nein, nein. Multicharts arbeitet richtig. Aber das System würde nicht funktionieren. Code ist hier. Sie müssen mir sagen, was bei diesem System einfach nicht klappt, falls Sie das Real-Time nutzen wollen. Los, kommentieren und erklären. So, das war's. Ja, leider war das vielleicht nicht das System, was Sie wollten. Oder vielleicht schon. Sie müssen aufpassen. Diese Sachen werden oft gefunden. Es gibt Angebote mit ähnlichen Systemen, ähnlicher Performance. Die werden aber verkauft. Die Leute belangen Geld und wenn man das System hat, kann man damit nicht anfangen. Wieso? Das wirst du Sie mir sagen. Schreibe Sie in den Kommentaren, was im System falsch ist, wie schon gesagt. Ich warte auf Ihre Antwort. Ich werde das nicht verraten, bis ich 25 Kommentare habe. Ich weiß nicht, aber ich werde das mal sehen. Eventuell können Sie Ihre Lesung schreiben und auch die E-Mail dazustellen. Dann kann ich Ihnen direkt bei E-Mail beantworten, ob die Antwort richtig war oder nicht. In jedem Fall, wir treffen uns wieder beim nächsten Video. Und ich hoffe, es war in jedem Fall für alle interessant. Es ist immer interessant zu wissen, wenn ein System wirklich funktionieren kann oder nicht. Abonnieren Sie, dann werden Sie wissen, wenn ich eventuell ein richtiges System mal zeigen werde. Dann können Sie sofort dabei bleiben. Ciao, von der Traunger. Ciao aus Italien.